Das brandneue Fame VT67 Röhrenmikrofon, jetzt bei MusicStore TV. Die Pro-Serie des Herstellers Fame ist wirklich ein Riesenerfolg. Und das aus gutem Grund, denn man hat hier wirklich Wert darauf gelegt, nur allerfeinste Komponenten zu verbauen, um einen wirklich ausgezeichneten Sound hinzubekommen. Und das geht halt nur mit höchstwertiger Technik. Und das alles Fame-typisch, natürlich trotzdem zu einem sehr, sehr günstigen Preis. Wie gesagt, an den Komponenten wurde hier nicht gespart. Wir haben eine 32 mm goldbedampfte Doppelmembran. Und das Wichtigste für den warmen Sound, die Röhre ist von Electro Harmonics. Hinzu kommt ein Übertrager vom schwedischen Hersteller Lundal. Also wirklich hochwertigste Komponenten, die für einen sehr, sehr feinen, charakteristischen und unglaublich druckvollen, warmen Sound sorgen. Aber wie soll ich den jetzt groß beschreiben? Wir hören uns am besten einfach mal ein paar Soundbeispiele an. I wanna be where the people are. I wanna see, wanna see them dancing, walking around on the, what do you call them? Oh, feet. Flipping your fins, you don't get too far. I just wanna tell you so you know, here I go. Scream my lungs out and try to get to you. You are my only one. Nun, ich denke, die Klangbeispiele sprechen wirklich für sich. Das Fame VT-67 liefert wirklich einen unglaublich druckvollen, sehr charaktervollen und warmen Sound. Ich möchte noch auf drei Features eingehen, die das Mikrofon ausmachen. Erstmal im Mikrofon selber haben wir zwei Schalter. Einmal ein Low-Cut-Filter, der zuschaltbar ist. Und eine Abschwächung um 10 Dezibel, falls wir ein besonders lautes Signal aufzeichnen wollen. Und dann am mitgelieferten Netzteil haben wir noch ein sehr schönes Feature, und zwar hier diesen Wahlschalter. Damit kann ich die Charakteristik des Mikrofons in einzelnen Stufen einstellen und habe so immer die perfekte Einstellung für meine Aufnahme. Wenn man das Fame VT-67 Mikrofon in die Hand nimmt, merkt man gleich die hervorragende Verarbeitungsqualität. Ist es geöffnet, erstrahlt die Electro Harmonix 6072A-Röhre, die für den warmen Sound des Mikrofons sorgt. Und natürlich die Lundal-Übertrager des schwedischen Traditionsherstellers. Das im Gesamtpaket sorgt für diesen charaktervollen Klang, den wir uns von einem Röhrenmikrofon wünschen. Nicht nur das Design, sondern, und das ist viel wichtiger, vor allem auch der Sound erinnern an einen legendären Studio-Klassiker. Sehr schön ist allerdings, dass der Hersteller Fame all das zu einem konkurrenzlos günstigen Preis anbieten kann. Und nicht nur das, im Lieferumfang ist auch so einiges enthalten. Gleich am Anfang fällt positiv auf, dass das Fame VT-67 in einem schicken und professionellen Aluminiumkoffer geliefert wird. Öffnet man diesen, findet man nicht nur das Mikrofon separat verpackt in einer elenen Holzschatulle, sondern auch ein umfangreiches Zubehör. Wie zum Beispiel die elastische Aufhängung, die sogenannte Mikrofonspinne und ein hochwertig verarbeitetes Netzteil, das wir benötigen, um die Röhre und die Technik mit Spannung zu versorgen. Das Fame VT-67 Röhrenmikrofon kann wirklich voll und ganz überzeugen. Es liefert nicht nur einen sehr charaktervollen High-End-Klang, nein, es ist auch noch wirklich sehr gut verarbeitet, kommt mit vollem Ausstattungsprogramm und das zu einem unglaublich attraktiven Preis, wie man es von Fame halt kennt. Schauen Sie sich den unbedingt mal an auf unserer Homepage, da können Sie auch die technischen Daten nachlesen. Unter www.musicstore.de gibt es alle Informationen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei MusicStore TV. Ciao! Ciao! Ciao!